Guten Morgen Hallo Herzlich willkommen Ein Name im Video Hier Yu-Gi-Oh Gegen Muldiman Yu-Gi-Oh Bezügen Er mit seinem Lieblingsdeck und ich mit meinem Lieblingsdeck Züge Ja Es sind Züge Geil Geil Junge Angriffsverkehrsgräupt gerade Geil Geil Ich liebe dieses Deck Ich liebe es Ich liebe es Aber manchmal ziehe ich halt nicht die richtigen Karten. Okay. Okay. All die richtigen Achse, Okay. Hä, greifst du nicht an? Nee, es ist mein erstes Zug, das finde ich ein bisschen Asi. Der hätte hätte ich es nicht schlimm gefunden. 3000 darf ich hier richtiger ach so du bist dran ich dachte was passiert hier k jetzt kann ich ja nicht dazu und zu graus zu holen Prozent ich hatte mega scheiß Hand also ohne Scheiß die Hand war scheiß meine geht voll meine Hand ist bis jetzt noch scheiß ja 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 Du hast ja den Schreckenspelz Tiger, den du gezogen hast, gar nicht in dein Deck rein, oder? Ne, noch nicht Musst du auf jeden Fall mal machen Mhm Und Versedigung Weil, hab ich mich grad tatsächlich auch gefragt Ach man, das war jetzt dumm Ist nicht schlimm Ich hab's dir geholfen Das ist immer so So hab ich dir genau die Karte gegeben, die du gewollt hast Mhm Ach das war zu dumm Dass ich die Verteidigungsposition setzt Wie kann man nur so einen Dreck ziehen? Als auch hast du noch keinen Zug Hast du vielleicht irgendeine Zauberkarte? Du hast ja vier Karten auf der Hand Das sind ja bestimmt nicht alles Monster Wenn du wüsstest Ja, ich weiß schon, dass du das nicht hast Ja, ich weiß schon, dass du das nicht hast Hier wird mir jetzt einfach noch keinen Angriff gehabt Irgendwie feier ich das Boah, weiß was, ich mach's jetzt einfach Boah, was ist getan? Aber wenn du mich nicht angreifst, dann kommt mein Deck nicht in Fahrt In Fahrt Nur Surprise Du kannst mich nicht angreifen Oh Lies mal den Effekt von Ach ich bin dumm Ich hab's am Anfang gelesen Da dachte mir, ja, drei Monate mehr als drei Monate gekriegt Ich hab's hier nicht auf Ach mann Also kann ich dich gar nicht angreifen Grad doch nicht Junge Das sind jetzt locker schon zehn Minuten Glaub ich nicht, aber Du musst es irgendwie zwei deiner Monster wegkriegen Damit du mit deinem Bär angreifen kannst Aber wie, krieg ich die weg? Fusion Dann brauch ich aber erst noch die Dinge Ich hab schon Züge gezogen Aber die Züge, die ich gezogen hab, sind halt einfach nicht gut Warte, die müssen nur mehr als 300 Angriffspunkte haben Ja, aber ich kann sie halt alle nicht beschwören Achso Natürlich haben sie mehr als 300 Angriffspunkte Die haben alle um die 4000 Ui Ui Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ich hab ne Idee Ach stimmt, der Wolf Mhm Den kannst ja, ähm Bis zu drei Kannst ja bis zu drei Fusionsmaterialien benutzen Sehr schön Du glaubst nicht, wie sehr mich das grad auffreut Weil jetzt kann ich auch endlich Plays machen Ich hab einfach noch eine gezogen Alles klar Hey, ich kann nicht angreifen Oh Drei oder mehr Okay, dann hab ich noch ne Idee Wie wir's machen können Was hast du für ne Idee, Idee hab? Ne, weiß ich nicht Okay, ne, ich weiß es auch nicht Ne, die Idee ist schlecht Die geht gerne Hey, ne, es geht nicht, natürlich So hast du auch noch ne Fusionskarte Hex, Hex Erbe Der, ich würde drei Ich dachte, es bringt was Aber es bringt nichts Warum ist das Matchup so scheiße? Vorher hatten wir ein Matchup Wo ich dich komplett dominiert hab Und jetzt kannst du nicht angreifen Und ich kann, weil du nicht angreifen kannst Keine Plays machen Junge Das wird eine sehr lange Folge Aber ich hab ne Möglichkeit Wie ich das, glaub ich, wenden kann So dass wir beide wieder was machen können Okay Dafür brauch ich aber noch mindestens zwei Zwiebel Züge Züge Haha Auf so ne scheiß Start Ach, ich bin dran Oh mein Gott Alter Du willst jetzt die Folge echt strecken, oder? Ich hab's grad gar nicht gewusst So, jetzt muss ich erstmal meinen Zug beenden. Lass mich gerade weg. Siehst du den Schneepflug da auf meinem Friedhof? Lass mich gucken. Ja. Der ist doch geil, oder? Extra flott. Extra flott. Auf Englisch heißt der Snowplow Hustle Russell. Die haben da alle so geile Namen, Alter. Als ob ich nicht angreifen kann. Ich probiere es nochmal. Ne, es geht echt nicht. Es geht nicht. Kriegst du die Zauberkarte da irgendwie weg, wenn du eine andere Zauberkarte hinlegst? Dann kannst du ihr sagen, mach die weg. Ne, kann ich nicht. Okay, schade. Habe ich auch gerade schon versucht, geht aber nicht. Einfach rum? Ah, okay. Ich habe einfach das falsche Monster ausgewählt. Dann muss der da weg. Oh mein Gott. Weißt du, was mir gerade auffällt? Hm? Unser Spielfeld hier ist von meiner Sicht aus einfach ein Falschrummes Kreuz. Bei mir ist es ein richtig rummes Kreuz. Bei mir nicht. Wir haben das Zeichen des Teufels erschaffen. Ja, das passiert im Leben. Ja. Junge, dieses Duell. Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Warum? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll das denn? Ich stelle dir mal vor, so eine Yu-Gi-Oh!-Folge in der Serie passiert einfach so was. Streckt sich dann über drei Folgen. Jetzt habe ich mystischer Raum, dein Fuhn kann ihn aber nicht aktivieren. No. Äh. Du bist ein Schafbock, Alter. Schön. Kriegst du da keine Zauberkarte hinten weg? Neee. Kann ich alle nicht aktivieren. Zweimal ist es dieselbe. Und zweimal habe ich gedacht, ich kann sie aktivieren. Aber zweimal wurde mir gesagt, nee. Gerade hat man es noch von Schaf. Jetzt habe ich einfach ein Schaf gezogen. Okay. Okay. Spielzug 29 ist es jetzt schon, gell? Jetzt ist es Spielzug 30. Ich habe jetzt zwei Fusionsersatz bei mir in der Hand. Versuch mal, sie zu aktivieren. Kann ich nicht. Hättest du halt, ähm, Schreckensfell-Säbelstanziger. What is'n das jetzt? Dann könntest du die aktivieren. Ähm, ich leg mal den Hundi weg. Ich will dieses Deck unbedingt in echt haben, ne? Alter, Sonderfahrplan. Die hat mir... Ich mag eigentlich die Karte Sonderfahrplan. Wie kann ich eigentlich so ein Draw-Pech haben? Keine Ahnung. Ich habe die Karte, die ich jetzt für irgendwas brauchen würde, um, äh, um dich auch zu, ähm, befreien aus deinem Block hier, habe ich dreimal im Deck. Wie oft habe ich sie bis jetzt gezogen? Noch kein einziges Mal. Und wie oft habe ich Sonderfahrplan gezogen? Dreimal! Kleiner Fact im Rande. In Mexiko sagen die gar nicht, ich liebe dich. Weil die können da nämlich gar kein Deutsch. Meistens. Ha, ha, ha. Berndet deinen Zug. Ach, ich bin immer noch dran. Ja. Die Karte hätte mir nichts gebracht, Mann. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, ich schlafe gleich ein, ey. Wenn das, wenn das Geld doch wenigstens gut funktionieren würde. Aber nein! Können wir jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Normalerweise macht Züge so viel Spaß. Hä, können wir jetzt überhaupt noch irgendwas machen? Ich kann jetzt schon noch was machen. Aber nur wenn ich die richtige Karte ziehe. Dann hoffen wir mal, dass du die richtige Karte ziehst. Du hast nämlich nur noch 18. Du hast nämlich nur noch 18 Karten. Da musst du ja ganz sicher dabei sein. Ich stelle dir mal vor, die haben dann einfach keine Karten mehr. Weil wir die ganze Zeit einfach nur gezogen haben. Ach, je. Junge. Nein! Comedy. Gold. Könnte ich doch wenigstens schneiden. Jetzt habe ich schon dreimal Fusionsersatz. Äh. Nein! Haha. Ich brauche dich doch im dritten Hustle Russell. Hustle Russell wird mir was bringen, wenn du angreifen könntest. Kannst du aber nicht. Beende deinen Zug. Ich bin dran. Nicht Gitarre spielen, spielen! Auch, Radezeichen, Spielzeug. Ähm, Spermaspender gezogen. Ähm, Spender kommt raus. Was kann ich hier aktivieren? Was mache ich jetzt hier? Somit. Oh, ich kann mir einen Brownie holen. Cool. Ähm. Die Folge nennt man dann einfach, das war nix. Ja. Ich kann nicht Martuality aktivieren. Alter. Das regt mich so auf. Yeah. Ich bin schwer da dran. Sag mal, wie geht's? Wieso geht es so schnell hier? Ich hab noch acht Karten. Brody. Ich bin schwer da dran. Weißt du, wie getriggert ich gerade bin? Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ein Duell mit der, ähm, mit der gescheiden Version von Züge machen, weil das ist die scheiß Version. Ja! Ja! Oh mein Gott, als ob wirklich jetzt was passiert ist. Aber du hast da immer noch kein, aber du hast keine Angriffspunkte drauf. Das ist mir egal! Oh! Oh. Cool. Nies mal den Namen vor! Superkanonenpanzerung. Weiter! Geh die weiter. Das ist der Name. Wie ist der Name vor? Das ist der Name. Der hat noch mehr beim Namen. Nein, da steht nur Superkanonenpanzerung. Maschine Xyz-Effekt. Aber er heißt Gustav Max. Das steht hier nicht. Im Deutschen steht es nicht. Im Deutschen ist es scheiße. Boah, Deutsch ist scheiße einfach. Als ob ich jetzt so viel Schaden bekomme. Wagenkopflob. Alter, diese Karten. Sitz... Mhh... Mh... 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 Nur mein Gott ist, 6.000 A.T.K. Dann passtiert jetzt endlich noch was. ja du wirst du jetzt selbst mit seiner das wird zählt weil ich nicht machen kann 2 3 durch die Stießsicht für das nicht angeht das Kaka ich wusste sich sowas hat was bringt mir auch überhaupt nicht all der großartig wieso ist es so karkamäßig es ist ich finde es zu er hat sich zu gut mehr er wird es so so auch verloren also wenn ich jetzt diese karte wieder ziehen da kannst du wieder nicht angreifen scheiße ich bin so dumm ja du kannst so oder so nicht angreifen es sei denn du willst gegen riesig zugrennen und wie findest du so das zug dick cool mega geil junge ich lese mal den englischen namen von diesem von dieser karte vor super dreadlord rail cannon gustav max ja ja erst mal hier den effekt das ja 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 Doch nichts mehr zum angreifen. Ich habe mich gerade schon gefreut, weil ich dachte, ich kann endlich mal irgendwas angreifen. Bin ich gleich tot? Nein. Aber das war doch ein geiles Twill. Ich gehe jetzt weinen. Tschüss.